Die Inflation geht immer weiter nach oben, nach neuestem Stand bei 9,1%. Auf der anderen Seite, die Europäische Zentralbank versucht natürlich dagegen zu halten. Ja, seit Juli haben wir zumindest jetzt schon mal einen Zinssatz für die Eurozone von einem halben Prozent. Wie es da de facto weitergeht, das weiß allerdings aktuell noch niemand. Und so schauen die Anleger, die Investoren natürlich immer wieder nach sicheren Häfen. Ja, und da hat man im Markt natürlich ganz klar drei Sachwerte. Das ist die Aktie, das ist das Gold und die gute alte Immobilie. Früher bezeichnet auch als Betongold. Aber wie steht es damit aktuell? Denn auch die Baubranche ist ja betroffen von Lieferkettenproblemen und vor allen Dingen von Bauprojekten, die nicht fertiggestellt werden könnten. Dementsprechend heute bei uns bei Wirtschaft TV der Immobilien-Experte Otto Kiebler von Haus plus Rente. Herr Kiebler, aktuelle Situation am Bau nicht so richtig schön. Was können die Anleger da jetzt aktuell machen? Also was den Bau anbelangt, müssen wir davon ausgehen, dass wir im Neubaubereich einen richtigen Einbruch erleben. Ja, wir haben eine massive Kostensteigerung, 18 Prozent dieses Jahr. Es wird erwartet, dass im nächsten Jahr nochmal 20, nochmal 20 Prozent drauf kommen. Und zugleich haben wir einen massiven Zinsanstieg. Wir konnten im Januar noch Baufinanzierung machen mit 0,8 Prozent, festgeschrieben auf zehn Jahre. Heute liegen wir beim Übertreifahr. Wir liegen heute bei drei Prozent im Rahmen der zehnjährigen Finanzierung. Und damit passiert einfach Folgendes, dass sich viele diese monatliche Belastung einfach nicht mehr leisten können. Also im Neubau wird es definitiv einen richtigen Einbruch geben. Viele Baugenehmigungen, die vorliegen, werden wohl in naher Zukunft nicht umgesetzt werden. Die EZB erwägt ja jetzt den Zinssatz auch weiter anzuheben. Im September vielleicht sogar mit einem großen Schritt, hieß 75 Basispunkte. Dann legen wir ihn etwa bei der Eurozone 1,25 Prozent. Was wäre denn der ideale Zins, wo man sich tatsächlich als Immobilieninteressierter, als Bauherr wohlfühlen könnte? Also ich glaube, mit den derzeitigen drei Prozent, die wir haben, festgeschrieben auf zehn Jahre, könnte man auf sich gesehen durchaus leben. Ich sehe so eine Schmerzgrenze bei fünf Prozent. Also die Spanne ist zwischen drei bis fünf Prozent. Das wird der Bereich sein. Aber wie gesagt, man kann sich nicht mehr jede Immobilie leisten. Und viele Verkäufer oder Bauträger werden bestimmte Preisvorstellungen nicht mehr umsetzen können. Sie sprachen es gerade eben schon an. Es wird immer alles teurer. Die Lieferkettenproblematik betrifft mittlerweile auch die Baubranche. Wir hören davon, dass viele Bauprojekte gar nicht erst fertiggestellt werden können. Wie soll man sich da momentan verhalten? Wie soll man sich da positionieren? Wie sieht es da aus? Was könnte da noch weiter drücken? Also wir haben eine Wohnungsnot. Und dadurch, dass der Neubau komplett einbricht. Und auf der anderen Seite, wie wir heute schon wissen, wir werden auch bis zum Jahr 2030, das sind die neuesten Prognosewerte, die Bevölkerungszahl in Deutschland nochmal um drei Millionen Menschen steigen wird. So wie genauso in den letzten zehn Jahren. Das heißt, Wohnen wird noch knapper und es wird ein knappes Gut und ein teures Gut bleiben. Auch wenn vielleicht jetzt vorübergehend eine gewisse Seitwärtsbewegung erfolgt. Aber dadurch, dass weniger gebaut wird, der Neubau nicht mehr nachkommt, wird die Wohnungsknappheit noch größer werden. Und deswegen sehe ich mittel- und langfristig weiterhin ordentliche Preissteigerungen im Bereich der Bestandswohnungen. Heißt aber auf der anderen Seite, und das haben wir natürlich auch gesehen, dass viele Immobilienkonzerne, die unter anderem Börsen notiert sind, nehmen wir mal eine Vonovia oder so, natürlich ist auch ordentlich unter Druck geraten sind von Aktienseite aus. Über das Thema Adler wollen wir gar nicht erst sprechen heute. Ja, da geht es ja noch böser zur Sache. Mehr ein Prüfungsthema. Was wäre dementsprechend, denn so Ihre Investmentidee, wo würden Sie sagen, wenn jemand jetzt tatsächlich mit Immobilien was machen möchte, worauf hat er zu achten, worauf muss er aufbauen, was wäre da eine neue Idee? Der gute Kaufmann sagt, im Einkauf liegt der Gewinn. Und ich habe einen Tipp mitgebracht, der relativ wenig bekannt ist, vielleicht sogar ein richtiger Geheimtipp. Nämlich der Kauf von Niesbrauchimmobilien. Es gibt immer mehr ältere Immobilieneigentümer, die wollen ganz gerne ihr Immobilienvermögen in Barvermögen umwandeln, wollen aber dennoch lebenslang in ihrem Zuhause wohnen bleiben. Und da haben wir, GIV aus München, vor 15 Jahren ein Konzept entwickelt, sowohl für diese Personengruppe, sprich die Immobilieneigentümer, als auch für Investoren. Sinn war, ein echtes Win-Win-Thema zu entwickeln. Und das scheint uns gelungen zu sein, weil die Nachfrage aus ganz Deutschland ist sehr, sehr groß. Wir sind heute an 19 Standorten vertreten. Was wird gemacht? Diese Immobilieneigentümer bleiben lebenslang in ihrer Wohnung, erhalten aber eine hohe Einmalzahlung und eben das lebenslange Nutzungsrecht. Dadurch, dass dieses Nutzungsrecht unentgeltlich ist, sie müssen also nicht wie beim Teilverkauf monatlich eine Zahlung leisten, dadurch wird natürlich der Preis auch entsprechend berücksichtigt. Es werden entsprechende Mietwerte angesetzt, sodass der Kaufpreis für Investoren für solche Niesbrauchimmobilien bei circa 60 Prozent des heutigen Marktwertes liegt. Das heißt, er kann sich zu einem deutlich geringeren Betrag die Immobilie leisten und hat damit ein zweifaches Wertsteigerungspotenzial. Er nimmt an der normalen Immobilienwertsteigerung teil, hat aber nur 60 Prozent des Kapitals erbringen müssen. Und zum Zweiten, die Leute waren ja täglich jeden Tag älter. Das heißt, dieser Mietwert, dieser Niesbrauchabschlag reduziert sich jeden Tag. Und wichtig ist vielleicht, dass man so ein Immobilie auch jederzeit während der Niesbrauchlaufzeit wieder verkaufen kann, weil, wie gesagt, die Werte steigen. Aber muss ich da nicht ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich mir das vorstelle, ich bin jetzt 65 und ich sage, das ist eine tolle Idee mit dem Niesbrauch, ich brauche gerade sowieso ein bisschen Cash für meine Rente. Gut, dann habe ich jemanden, der sich für mein Haus interessiert, für meine Immobilie, sagt, ja, ich schließe mit dir diesen Vertrag ab. Jetzt werde ich aber alt, 80, 85, 90, dann heißt das doch, dass der Investor 20, 25 Jahre praktisch warten muss, bis er die Immobilie tatsächlich bekommt. Das ist grundsätzlich richtig, aber er leistet ja nur eine Einmalzahlung. Das heißt, auch wenn Sie älter werden, nehmen wir an, Sie haben eine Lebenserwartung von 15 Jahren, so haben wir das gerechnet, und Sie leben tatsächlich 20 Jahre. Da sind die weiteren fünf Jahre ja nicht verloren. Warum? In diesen fünf Jahren wird weiterhin der Wert steigen. Und Sie müssen nicht mehr als Investor bezahlen. Sie haben einmalig am Anfang eine Einmalzahlung geleistet, und damit ist die Sache nicht in Ordnung. Ganz wichtig ist natürlich für den Investor, er hat weder Arbeit, er hat keinerlei Mietrisiken, er hat den besten Bewohner, den er sich vorstellen kann, der bisherige Eigentümer, der pflegt die Wohnung oder das Haus genauso wie früher, das ist und bleibt für ihn psychologisch weiterhin sein Eigentum. Und alle Kosten, also alle Unterhaltskosten, alle Instandsetzungskosten werden vom Niesbrauch begünstigt, also vom bisherigen Eigentümer getragen. Das heißt für mich als Investor, ich gehe zum Notar, ich zahle meine 60 Prozent und ich habe keinerlei Arbeit, keine Ärger und keine Kosten. Eigentlich doch die ideale Immobilie. Sollte man dementsprechend meinen, wieso ist das Thema noch so unbekannt in Deutschland, oder ist es nur unbekannt oder ziert sich der deutsche Immobilienbesitzer, sein Häuschen weiterzugeben? Wir haben vor 15 Jahren das Konzept auf den Markt gebracht, das ist langsam angelaufen. Es ist das ideale Konzept für den Immobilieneigentümer, weil er hundertprozentige Sicherheit hat, dieses Niesbrauchrecht wird im Grundbuch an erster Rangstelle abgesichert. Warum ist es relativ wenig bekannt? Und Makler wollen dieses Konzept eigentlich nicht umsetzen. Es hat einen Haken für den Investor. Die Sicherheit für die Senioren, für die bisherigen Immobilieneigentümer, ist so groß, dass keine Bank bereit ist, das zu finanzieren. Das heißt, ein Investor muss also wirklich diese Finanzierung selbst darstellen, selbst durch Eigenmittel oder durch die Besicherung anderer Objekte. Heißt also dementsprechend, man muss da schon ein bisschen Eigenkapital mitbringen. Richtig. Richtig, ja. Weil die Banken da ansonsten nicht mitspielen. Genau. Aber sicherlich ein interessantes Thema. Abschlussfrage an Otto Kiebler, das Thema Immobilien, das liegt Ihnen am Herzen, das weiß ich ja nun. Und wie sieht es denn aus mit anderen Anlageklassen? Sind Sie da auch interessiert? Thema Aktien, Thema Gold? Also es ist ganz wichtig bei jeder Geldanlage, man muss streuen. Es wäre sicherlich total falsch, nur Immobilien zu kaufen, wie es auch genauso komplett falsch wäre, nur Aktien zu kaufen. Also die Mischung, die hat es immer gebracht. Früher hat man gesagt, ein Drittel Aktien, ein Drittel Immobilien, ein Drittel Pfandbriefe und heute wird man vielleicht auch noch kleine Goldbeimischungen machen. Wir empfehlen unseren Kunden circa 10 Prozent vielleicht in effektiven Goldmünzen sozusagen anzulegen, zu ihrer Sicherheit. Uns geht es darum, dass die Leute gut schlafen können und große Sicherheit vor der Inflation haben. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren, Otto Kiebler von Haus plus Rente. Also breit gestreut, nie bereut, aber beim Thema Immobilien vielleicht dann doch auch mal um die Ecke denken. Könnte sich nicht nur lohnen, sondern könnte auch ein zukunftsfähiges Geschäft für beide Seiten werden. Win-Win, so wie es Otto Kiebler gesagt hat. Das war Mick Knau für Wirtschaft TV aus der Frankfurter Börse.